Porto Alegre in Brasilien ist eine pulsierende und charmante Stadt, die eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit und kulturellen Erlebnissen bietet. Porto Alegre, die Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Sul, ist bekannt für ihre reiche Geschichte, ihre vielfältige Bevölkerung und ihre atemberaubende Landschaft. Eine der besten Möglichkeiten, die Schönheit von Porto Alegre zu genießen, sind Luftaufnahmen, die mit einer Drohne gemacht wurden. Diese Luftaufnahmen bieten einen faszinierenden Blick auf die Architektur, Landschaften und Strände der Stadt. Aus der Vogelperspektive können Sie sehen, wie ausgedehnte städtische Gebiete an üppige Grünflächen grenzen, was einen visuell beeindruckenden Kontrast schafft. Die Stadt Porto Alegre selbst liegt an den Ufern des Gweibersees und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Wasser. Das Stadtbild ist eine Mischung aus moderner Architektur und historischen Gebäuden, die die dynamische Entwicklung der Stadt im Laufe der Zeit zeigen. Reisende können historische Städten wie den öffentlichen Markt und den Faupilla Park erkunden, die beliebte Treffpunkte für die Einheimischen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017